Hallo meine liebe Jungfrau und auch hallo an alle anderen die eingeschaltet haben. Ich hoffe euch geht es gut. Schön dass ihr da seid und herzlich willkommen auf meinem Kanal VikaStern liebe Jungfrau. Liebe Jungfrau heute schauen wir uns die Karten an für den Monat April. Wir schauen uns aber dieses mal nur deinen Schatten an. Das heisst was liegt im Verborgenen und ist für dich nicht so sichtbar im Monat April und solltest du vielleicht etwas genauer hinschauen. Liebe Jungfrau bitte denkt daran das ist eine allgemeine Legung das heisst es kann nicht für alle passen. Hör auf deine Intuition vertraue auch dieser weil dann weisst du ganz genau was zu dir gehört und was eben nicht. Ich habe auch neu einen Podcast hier auf YouTube gestartet über Spiritualität. Ich werde dir den Kanal noch unten verlinken. Der Name ist VikaStern Spirit Talk. Wenn du dich also für die spirituelle Welt ein bisschen interessierst darfst du gerne mal reinschauen und mir auch da folgen. Und auch wenn du das Gefühl hast du brauchst einmal ein persönliches Reading biete ich das auf meiner Website an. Link findest du weiter unten. Ja liebe Jungfrau aber dann fangen wir doch an. Dein Schatten. Was musst du wissen? Oh interessant. Erzengel Michael. Erzengel Michael schenkt dir Mut, Stärke und Schutz bitte darum. Interessant. Ich weiss nicht ob du das weisst aber du kannst ja auch den Erzengel Michael rufen wenn du das Gefühl hast du wirst bedroht also energetisch gesehen natürlich. Da kannst du ihn wirklich rufen und darum bitten dass er dich von oben von unten von vorne von hinten von rechts und von links beschützen soll. Und dann kommt er. Und ganz ganz wichtig du kannst ihn auch rufen wenn du nicht irgendwie religiös bist weil ich sage immer die spirituelle Welt ist für alle da. Da kommt es nicht darauf an was du für ein Glauben hast. Überhaupt nicht. Du kannst an irgendwas glauben. Die spirituelle Welt verurteilt niemand. Selektiert niemand. Sind für die spirituelle Welt sind alle gleich. Dann bist du Mensch. Und einfach dass du das wirst weil viele haben das Gefühl ja das ist so ein Religionsding überhaupt nicht. überhaupt nicht. Das ist für alle zugänglich. Und das finde ich eben so schön an diesem Thema mit der Spiritualität. Weil da geht es wirklich um den Mensch selbst. Um die spirituelle Ebene. Um das Innere eines Menschen. Und da spielt es auch keine Rolle wie du aussiehst oder was du für eine Religion hast. Ja also denk daran du bist beschützt im Monat April. Musst du dir keine Sorgen machen. Drei der Kelche. Okay schauen wir weiter. Was sonst noch im Schatten? Was liegt im Schatten? Jungfrau. Oh. Eine Entscheidung wird gefallen. Das Gericht und drei der Kelche. Das Gericht ist eine ganz starke Karte. Das ist so ein riesen Aha-Moment. So ein bisschen der Weckruf. Dein persönlicher Weckruf. Hey, was machst du hier eigentlich? Was machst du da? Und sie gibt uns immer eine Antwort, diese Energie. Das heisst, diese Energie öffnet uns Türen, gibt uns die Möglichkeiten zu transformieren und eine nächste Ebene zu erreichen für sich selbst. Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel. Kann auch ein Vorbote sein, dass dein Seelenpartner kommen möchte oder deine Berufung, deine Passion. Einfach dein wahres Selbst möchte gehört werden. Es liegt aber im Schatten. Ich weiss nicht, ob du diese Energie wahrnimmst dann im April. musst du genau darauf schauen. Es könnte ein wichtiger Impuls kommen, den du dir selbst gibst. Hier haben wir aber drei der Kelche. Hast du es mit mehreren Personen vielleicht zu tun oder mit mehreren Situationen? Ich habe das Gefühl, du solltest dich für etwas entscheiden. Es ist zu viel. Zu viele durcheinander gemischte Energien. Entweder Thema Dreiecksbeziehung, Thema Affären, Thema verschiedene Situationen, die gleich aktuell sind. Eben Entscheidungen treffen. Es sind zu viele Energien gemischt. Das ist dir vielleicht nicht so bewusst. Schauen wir mal. Drei der Kelche. Ja, für andere nehme ich aber wahr, dass hier ein Erfolg kommen könnte. Und das dir nicht bewusst. Hier könnte ein Bescheid kommen, eine Nachricht, wo du vielleicht schon länger wartest, vielleicht von einer Trickperson. Könnte von einer Vergangenheitsperson sein. Und dann könnte das Thema Wiedervereinigung auftreten, aber nicht für alle natürlich. Nur, wenn du das Gefühl hast, deine Botschaft, dann nimm sie an. Aber dann ist immer noch da noch eine weitere Person. Zu viel. Einfach zu viel. Ja. Unabhängigkeit. Erfolg. Sehe ich hier. Grosse Chance für Erfolg. Was du aber so nicht richtig greifen kannst, liegt halt im Verborgenen, oder? Schauen wir mal weiter. Ui, sieben der Schwerter. Schon wieder sechster Stäbe. Ah. Der Tod. Ein Kapitel muss abgeschlossen werden. Ich habe das Gefühl, etwas ist zu viel. Etwas gehört nicht zu dir. Oder eine Situation. Oder irgendetwas ist zu viel. Hatten wir nicht beim letzten Reading oder in der letzten Zeit oft sieben der Schwerter? Ich habe das Gefühl. Und gibst du dich wirklich mit ehrlichen Menschen? Frag dich das mal. Oder bist du ehrlich zu dir selbst? Vielleicht so. Weil sieben der Schwerter, ein bisschen Maske, die man trägt, auch Selbstsabotage, Lügen und Betrügen. Sich vielleicht auch selbst betrügen. Liegt im Schatten. Oder jemand lügt, dass die Balken biegt, aber du siehst es wie nicht. Diese Energie gefällt mir gar nicht. Irgendetwas. Entweder eine Person oder eine Situation. Das gehört nicht zu dir. Irgendetwas. Das musst du natürlich selbst für dich entscheiden, was es sein könnte. Weil es liegt im Schatten. Das ist dir vielleicht nicht mal bewusst. Aber es kann natürlich auch sein, dass du dich selbst belügst. Aber hier eine Nachricht möchte kommen. Etwas möchte vorwärts gehen. Die Frage ist, ist es eine ehrliche Nachricht oder nicht? Hm. Ja, ich habe schon das Gefühl, das sind wie zwei Paar Schuhe. Gehört nicht zusammen. Ich frage mich einfach, sieben der Schwerter, ist es deine Energie oder ist es die Energie von jemand anderem? Sabotage. Vielleicht Neid. Sieben der Schwerter. Zwei der Stäbe und Ritter der Schwerter. Das Gefühl haben, sich entscheiden zu müssen. Die Frage ist, ob man sich wirklich richtig entscheidet. Luftenergie. Luftenergie. Ja, es muss etwas passieren. Ganz klar. Es muss eine Transformation kommen. Ein Kapitel. Etwas muss abgeschlossen werden, das dir nicht bewusst ist. Also, frag dich mal selbst, tanzt du auf mehreren Hochzeiten oder versuchst du mehrere Dinge gleichzeitig zu jonglieren, aber einige Dinge tun dir eigentlich gar nicht gut. oder es sind noch Menschen um dich herum, die ein bisschen diese Energie, sieben der Schwerter haben. Und gibst du dich wirklich mit Menschen, die ehrlich sind? Frag dich das mal und frag dich auch ganz wichtig, bist du ehrlich zu dir selbst? Schauen wir mal weiter. Was ist denn der Rat? Jungfrau, bitte. Was ist der Rat? Sieben der Stäbe. Oh. Nein, der Münzen. Die Welt und sieben der Stäbe. Also, wenn für dich das Thema Ausland oder Auswandern eine Bedeutung hat, dann ist das eine klare Botschaft. Ja, kämpfe dafür, dass du ins Ausland kannst. Aber nur, wenn das dein Thema ist. Jetzt nichts zurecht biegen, ganz wichtig. Für andere sehe ich einfach, dass man sich wirklich, da ist sieben der Stäbe, das kann ja auch der innere Konflikt sein. Innerer Konflikt lösen. Ein Kreislauf möchte geschlossen werden. Ein neuer Weg möchte starten. Aber das geht nur, wenn man sich wirklich für sich selbst einsetzt, sich auch, wie soll ich sagen, seinen Prinzipien auch vielleicht treu bleibt, wenn diese Prinzipien natürlich noch zu einem passen. Weil man verändert sich ja auch. Das darfst du nie vergessen. Das ist ein bisschen manchmal ein Jungfrau-Ding, oder? Die können manchmal stur sein, setzen sich irgendein Ziel, was sie vielleicht vor 20 Jahren gesetzt haben, und gehen stur diesen Weg, obwohl sie sich verändert haben und das Ziel gar nicht mehr zu ihnen passt. Weil hier möchte ein neuer Kreislauf starten. Aber das ist dir wahrscheinlich nicht so bewusst, weil es eben im Schatten liegt. Warum sieben der Stäbe? Ja, Löwe-Energie, die hohe Priesterin. Folgst du wirklich deinem Herzen oder folgst du deinem Kopf? Folgst du deinem Herzen oder folgst du der Logik in deinem Kopf? Deine innere Stimme, hörst du diese überhaupt noch? Oder ist sie schon verstummt? Die Welt. Ja. Das gefällt mir gar nicht, diese Energie. Ach, fühlt sich richtig. Sieben der Schwerter. Königin der Münzen. Also wirklich, Stabilität darf kommen. Aber auch diese siebende Schwerter-Energie darf weggehen. darf abgeschlossen werden. Was ich auch wahrnehme, für einige, natürlich jetzt nicht für alle, hast du den Fokus vielleicht zu sehr auf Finanzen? Oder man sagt, jedes Sternzeichen hat so ein bisschen seine Schwächen und bei Jungfrauen ist es ein bisschen das Geld. Lassen sich sehr schnell locken mit Geld. Und da könnte es passieren, dass sie Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht wollen, aber sie tun es bezüglich Finanzen. Zu sehr. Man sagt auch Alarmzeichen von einer Jungfrau ist, wenn sie geizig werden. Sparfüchse, extrem. Ich rede jetzt vom Extremen. Falls du dich jetzt ertappt fühlst, das ist immer ein Zeichen bei Sternzeichen Jungfrauen, dass sie nicht ihr wahres Selbst leben. Weil Jungfrauen sind nicht geizig, überhaupt nicht. Die sind eigentlich grosszügig. und das Nicht-Selbst-Thema, wenn sie eben nicht selbst sind, werden sie eben geizig. Also jedes Sternzeichen hat so ein typisches Merkmal, wenn sie nicht selbst sind. Und Jungfrau ist eben der Geiz. So ein bisschen das ungesunde Thema Finanzen, Thema Materialismus. Einfach für einige ist das eine Botschaft, mal darüber nachzudenken. Weil eine Jungfrau ist eine Geniesserin oder ein Geniesser. Die sitzen nicht zu Hause herum, die geniessen, die haben die Begabung, Dinge zu geniessen, das ist krass. Wenn sie aber nur im Selbst sind, natürlich im wahren Selbst. Ja, nehmen wir noch eine Orakelkarte. Verletzlichkeit. Du darfst Emotionen zulassen, auch wenn es vielleicht etwas weh tut, aber wenn dich etwas enttäuscht, darfst du es wirklich sagen. Du musst es nicht runterschlucken und stumm sein. Du darfst es dir wirklich auch eingestehen. Unbedingt. Ja, meine liebe Jungfrau, danke vielmals fürs Zuhören, Zuschauen, lass ein Like, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschau. Schau. Schau.